in time you will know the tragic extent of my failings so und damit herzlich willkommen zurück ist das denn hier auch kein traden okay drei dagegen gegen 1 davon oder 1 davon das wusste ich noch gar nicht sehe ich jetzt gerade erst oder zwei von denen gegen drei davon welche die wertvolle sind bilder sind wirklich super wertvoll im vergleich zu den siegeln den wappen nein das wollte ich gar nicht so wie gesagt damit herzlich willkommen zurück nach zwei wochen bin ich mir dabei aufzunehmen stimmt wir hatten unser guter arberlöster rekrutiert was haben wir denn hier veteranen stufe drei mit drei das würde ich jetzt eigentlich ungern machen wollen werden mit scott holt zum beispiel einen der gift schleim hat wenn wir ihn mitnehmen könnten das hier machen erst ein bisschen kurz erlaubt ich muss eigentlich die mittleren machen chance auf gifthau fähig gegen gifthau fähig gegen bluten tötet den prinzen der schweine tötet acht fünder der briganten das ist doch ein boss das will ich jetzt eigentlich nicht tötet lauter prophet ich habe jetzt nur noch boss aufgaben meine fresse das kommt mitnehmen und und da kann ich nicht so gehen ja ok ja ja entschuldigung ja das ist nicht so sei doch nicht so wie du bist das ist vorhinein brauchen fernkämpfer und der macht überhaupt kein fernkämpfer ei quatsch ich brauche ich ja ich weiß nicht was der bach kann ich kenne die bosse nicht aber grohnf wird es ungern mitnehmen weil der eigentlich schon ziemlich weit ist das rügeln hier nämlich die zweite mit der kann sich ganz gut heilen so machen wir das so ich glaube müsste gehen ja die kann von den ganzen personen aus heilen ja und sie kann auch zielmarkierung macht sie auch mehr schaden gegen gezeichnet uja mehr schaden gegen gezeichnet dann hier würde ich sagen ich könnte vielleicht mit den hundebiss noch ein bisschen upgraden wenn ich das hier erhöhe plus schaden gegen bestie plus schaden gegen gezeichnet mehr prezi mehr bluten also mehr wahrscheinlichkeit für bluten wahrscheinlichkeit erhöht verheerender pfiff minus abwehr plus präzision stresslinderung das brauchen nicht denke ich hier noch irgendwas das mal den gift stellen könnte ich erhöhen und minusgeschwindig bei verwandlungen das würde ich schon gern tun ähm präzision wird hier höher bei range 3 punkte 3 punkte minus 6% gifthau doch ich bin doch einfach ich bin doch dumm hab ich gar nicht dabei ich bin doch gar nicht dabei hier den kann ich mir angucken Gott, dämlich. Hier, heil dich mal stärker. Und du buffst dich stärker und du triffst besser. So, wer habe ich denn jetzt noch dabei? Shirley? Ups, komm her. Die ist schon verbessert. Und Lüdi kann ich nicht verbessern, weil die ist schon von 0. Achso. Was bringt mir das? Zurückschlagen. Okay, was bringt mir das? Betäuben entfernen, Markierung des Ziels aufheben. Plus 10% Widerstand gegen Schwächung. Fackel plus 3. Heilung, 2 bis 3. Plus 200% Heilung. Zuwürdiges Ziel, Fernkampf. Selbst plus 4 Geschwindigkeit. Hm. Ne, ich glaube, ich lasse das erstmal so und guck mal, wie es funktioniert. Aufbrechen und wir müssen 100% der Raumkämpfe erledigen. Dann haben wir wieder ein bisschen Gifthauch plus. Ich bräuchte eigentlich das hier. Kriege ich das denn? Ich kann nicht und ich werde nicht gehen. Doch würdest du schon, wenn ich das sage. Betreidesack. Kriege ich Bilder? Ich kriege ich die Wüsten. Äh, das passt aber gerade so gar nicht zusammen. So, Wald. Wir gehen in den Wald. Essen. Zwölfmal. Fucken. Zehnmal, ja. Bisschen Raumkämpfe. Zweimal Stass. Heilkräuter oder Gegengift. Ah, Heilkräuter habe ich schon ein paar. Schaufeln, drei. Die darf ich nicht vergessen. Vantage habe ich auch schon. Oh, ho, ho, ho. Nein, brechen wir mal auf. Bisschen, so umständlich für alles, was dabei. Gegengift habe ich nicht mitgenommen. Oh, direkt nur in keinem Raum gefunden. Perfekt. Perfekt. Krass. Wer ist denn hier so gut im Aufklären? Hm? Der nicht. Sich im Hauptaufklären wahrscheinlichkeit nicht doof. Krankheit, Todesschut, Blutenschwächung, Förder. Mega. Ich... Ich gehe da hin. Erbstücke mitnehmen. Geheimer Raum. Ehr, Schlüssel. Knack. Plus 13 Abwehr. Die kann ich ja wohl verkaufen. Ähm. Wie komme ich zurück? So. So. Leute, ich habe eine zweite Falle aufgedeckt. Okay. Gut zu wissen. Ähm. Falle 60. Hat irgendeiner von euch... Du hast eine nicht-gut-Falle. Falle C. Alles klar. Dann hier. Du Falle. Oh. Lol. Jetzt habe ich die genommen. Ja. Wer hat gerade mit 10% eine Falle entschärft. Jo. Kann man mal machen. 10% sind wir noch 10%, ne? 1 aus 10. What the fuck, man. So. Erstmal Hetzjag, würde ich sagen. Das war die Bluten. Ich mache das 3 bis 6. 3 bis 8. Auch vielleicht gar nicht so dumm. Ja, gar nicht so schlau, weil... Da hinten kommt der eigentlich gar nicht hin. Bluten wir so jetzt. Das ist schon mal gut. Ach nein, ich wollte mal... Ach gut, doch. Der, der kann ziemlich gut heilen. Du bist ja halt die ganze Zeit am heilen. So. Erstmal hier. Aber Minus aus und Minus abwehrt. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber jetzt wollen die mich. Jetzt wollen die mich. Jetzt tut es mich auch weh. Ich kriege Spruch. Im Mund macht es auch ausgewiesen. Keine Lust auf die Krankheit. Und das ist nicht in Ruhe. Dann geht's auch in Ruhe. So. So. Oh. Stimmt. Der war also gar nicht so schwach im Zure Tip. Also im... Hundebiss. Hundebiss. War das nicht plus? Gegen Bezeichen gegen Weste. Genau. Hier. 3 bis 10. Wenn ich unser Ytroto을 braucht, ich nichts mehr machen. Gebrannt macht jetzt die Fetzen. So, heil dich mal. Aua. Das ist nicht geil. Vier. Fuck. Der ist eh tot. Der hat doch gegengifft mit dem sollen. Gegengifft sind wir gewesen. Fünf bis neun kann man nachdem er tot her. Eins bis drei. Uh, allen drei. Krass, das ist eine Befeilung. Oh, auf den darf ich gar nicht. Hier. Widersetzt. Elf. Waben. Elf bis 22. Gib ihm. Ein bisschen Schaden minimieren, den ich gerade noch krieg. Das slow death, unforeseen, unforgiving. Mache ich selber heilen. Eine Bandage. Äh, habe ich nicht. Mache ich hier. Mache ich gut offen. Sollte ich mal selber heilen lassen. Oh, in den nächsten 10er Kriterien. Weil du hast noch einiges, was in den Schaden einstecken muss. Hm. 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 Kann ich nur lassen machen. So, zack. Ich will überhaupt Schaden machen. Verdammt guter Schuss. Na, auf die Leiche. Fixen Kicks. Buffen. Oh, das bufft alle. Cool. 10 bis 19. Dann trifft es so. Ein bisschen essen. Deine alte Sarge erst halb geöffnet. Äh, der nicht dafür ist okay. Alter. Wer ist denn hier so krass am aufdecken? What the hell? Das ist schon nice. Der entschärft. Nein, hier kriegt er noch Schaden. Wenn du erinnerst, er sagt, er wird dir. 25 Euro kommt. Warten. Warten, warten, um zu besparen. Äh, Pfortchen. Ja, ernsthaft? Er kommt hier, er ist. Joch. Halt. Nochmal 25 Gold. So. So, wo laufen wir? Jetzt müssen wir zurücklaufen. Stress eigentlich okay, weil da brauche ich nicht zu zweit, glaube ich, mega viel Licht im Moment haben. Nochmal 25 Gold. Nein. Nochmal 25 Gold. Trinkets and baubles. Paid for in blood.